So, wir gewinnen den Scheiß. Wir gewinnen den Scheiß. Natürlich, wir gewinnen immer. Oh! Naja, außer... Außer manchmal. Außer manchmal. Warte ganz kurz, halt den... Ich spiel ihn kurz zurück. Halt den Ball kurz. Okay, kannst weiter. Mach irgendwas Schlaues. Das war gut. Ja, ich weiß, ich weiß. Das war saumäßig gut. Was? Den hat er gut gehalten. Und ich hab'n Scheiße geschossen. Ja. Gut, dass du's einsiehst. Halt's mal. Das wird wieder so ein Spiel, wo wir die ganze Zeit besser sind. Ja, genau. Und neunzigste Minute dann. Zwei. Zwei am besten. Oh! Ja! Wo kommt das denn jetzt nicht her? Dadurch wird die Niederlage nur noch schlimmer. Aber geil. Geschneiß, ey. Geschneiß. Geschneiß. Ja, natürlich. Aber irgendwie immer gegen Real. Alle spielen im Code Real. Wobei ich hasse es eigentlich nur gegen Bayern zu spielen. Die sind die einzigen. Ich höre ich echt nicht nach. Okay. Schade, ich dachte, wir würden es irgendwann los. Ich hätte dich vielleicht informieren müssen, dass ich ihn spiele. Aber nein. Muss das reden. Es muss mit Telepathie klappen. Natürlich. Klar. Oh, oh. Oh, gehalten. Oh, kass. Bester Mann. Bester Mann. Ja, schon immer gewesen. Immer. Na, das. Oh, sehr nice. Na, auf, du. Spiel ihn, Spiel ihn, Spiel ihn, Spiel ihn. Mach' ich doch. Oh, nein. Shit. Da ist Benzimmer gelaufen. Er hätte es so anspielen können. Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Bin glücklich. Hab ich nicht gesehen. Ja, gut, 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 gut. Ja. Ja, geklärt. Ja, geklärt. Oh. So, höchst gefährlich. Oh, der hat mich doch am Arsch hier. Hallo, sehr schön, sehr schön. Ganz oben. Nein, der sollte nicht. Ganz oben. Der war zu weit. Auf, lauf, 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 lauf. Der war zu weit. Ich hab halt mit X, hab ich den jetzt gespielt. Ja. Mit Y und LB. Aber ich dachte, okay, bis ich komm noch irgendwie ran, weiß. Bevor der mich dann kontert. Oh, nein. Komm, ich bin doch da. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Unten? Shit. Ja, sicher. Schade. Was machst du denn? Wir zurückpassen. Wieso? Nein. Du verstehst das so schön. Ich glaub, der kommt an. Ja, der kommt an. What the fuck? Warum schießt du direkt? Nimm ihn doch an. Einfach nur geklärt. Ja, ich hatte nicht so eine gute Abwehr. Und dann wollte ich halt noch... Ja. Nein, nicht, dass wir uns noch auskampeln. Da müsstest du schon aufpassen. Ja, nice. Ja, nice. Sehr schön. Ja, dann sehen wir, womit wirst du anfangen bei Fahrschule. Und mit dies und das. Dies und das, ja. Mit Autofahren. Mit Autofahren, ja. Oh, shit. Jetzt greifen sie an. Jetzt greifen sie an. Hör. Ab hin. Oh, shit. Ja, ist klar. Sehr schön. Danke. Sehr schön. Boah, fuck. Hat er nicht mit meinem Vorteil. Jetzt will ich ihn doch nicht mehr. Schieß doch nicht immer. So, knapp. Ja, mega. Aber weißt du noch, mein Tor mit Robben. Nein. Alter, bist du verarscht? Das ist kein grellisches Zeug, Alter. Irgendwie in der 89. Ich weiß von nichts. Ja, genau. Vor deinen zwei Zuschauern willst du es nicht zugeben. Machst du fünf Abonnenten-Special? Natürlich. Klar. Das kommt nächste Woche. Nächste Woche kommen fünf Abonnenten-Special? Ja, natürlich. Wenn du bist da, fünf Abonnenten. Weiß ich ja nicht. Ja, natürlich. Aber ansonsten ja. Boah, das ist hier. Boah, das ist hier. Nein. Und, 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 und. Ja, genau. Genau so was wir gesehen. Gut. Gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich weiß nicht so, wie ich wollte, aber auch nicht. Dann spüren wir ein bisschen weiter hier zum Elfmeter-Punkt. Nice. Spielen weg, spielen weg, spielen weg. Ja, so kann man das auch direkt spielen. Ja, aber, okay. Wo läufst du hin? Das war Pippi-Style. Pippi-Style, okay. Nee, der ist er, doch, war, war, war. Okay, wir haben ihn, was soll's. Komm schon. Unten lauf ich. Unten. Ah, hier musst du passen mit Y-Styckwert nach vorne. Ach, du. Das ist gar frei, Alter. Wir vergründen die Spiele dann immer, wenn du deine Ego-Sachen da machst. Gibt's ja gar nicht. Ja, hier, bitte hast'n Ball. Mach was Schönes draus. Scheiße. Nein. Nein. Scheiße, 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 scheiße. Okay, seine Drehung war schlecht. Oh, fuck. Alter, der kassiert's, Alter, kassiert's. Der kassiert keinen. Natürlich nicht. Okay, das ist gut. Leicht überlegen. Minimal. Ja, wir verlieren bestimmt sowieso. Ja, ich seh das so. In den 90. Ballern die zwei Tore rein, ich sag's dir. Natürlich. Wir machen die sogar selbst. Komm, Bale. Bale. Nein. Komm, wir sind auch erst Liga 4. Erst? Erst 2. Nein, nein, nein. Komm, flank den rein. Ja, 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 mach ihn. Bitte. Ja. Ammonakolam, wir rasieren die. Ammonakolam. Wir rasieren die gegen den Strich mit Gillette. Genau. Oh, geil. Der Sarkassier ist echt nicht gut aus. Sehr nice. Oh, shit. Zwingt sich so gut an. Nein. Oh, ich kann passieren, ey. Jetzt ein 2-1, so echt nicht schön. Und auch nicht gut. Oh, nein. Nein. Ja. Der wär sonst drin. Komm, pass, pass, pass. Ja. Nein, was macht Benzema da? Ja, gut. Die haben wieder den Ball. Nein. Wie hieß es? Geholzt, hab, hast du es gesehen, halt. Okay, es gibt noch Gelb. Das müsste eigentlich ein Mega-Rot geben. Das schau ich mir nochmal an. Ich holz da, ich holz da den Doe, die Toe. Scheiße, ey. Fuck. Guck dir das an. Hier. Nein, verdammt. Ich wollte es sehen. Oh. 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 Jetzt darfst du schießen. Shit. Nein, ich hab mal den Ball entgegenzulaufen. Oh, scheiße. Ja, kassiert. Oh, es ist noch nicht vorbei. Oh, scheiße. Oh, nee. Alter. Okay, das war's. Das ist einfach zu viel für meine Nerven. Ja. Ich zitter voll, ich zitter. Ich spiel dir nach rechts unten. Aha. Komm, 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 komm. Komm weg mit. Ja. Nein. Sie ist doch da. Die werden dir wohl jetzt nicht jetzt aufgeben, oder? Das wär so geil. Das wär so geil. Bester Sieg. Bester Sieg. Nee, das ist der beste Wahnsinn. Warte mal, ich nimm mal, ähm, äh, lass mal sehen. Groß raus und Isco rein, okay? Mhm. Da haben wir noch einen Schnellen da hinten. Der macht uns zwei Eigentor oder so. Okay, weiter geht's. Boah, shit, 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 shit. Kein Problem. Kein Problem, ja. Daddy ist auch da. Ja, das ist gut. Oh, scheiße. Kein Problem. Ja, aber doch kein. Okay, aufsatz. Spiel ein Jahr nicht kurz, Alter. Okay, den hat er, hoffe ich. Oh, das hier ist, das hier ist auch so ein Tier. Ein Torwart Riese vor dem Herrn. Ja. Unten, 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 unten. Schau mal, Benzema läuft da. Fast perfekt, ne? Unten wieder. Schade, der war ein bisschen anders geplant. Was machst du? Ich wollte ihn umgrätschen. Das war's so gut, glaube ich. Hab nicht getroffen. Hab ich gemerkt. Das war gut. Oh, den hab ich getroffen. Ja. Ganz oben, schau mal. Ja. Oh. Mach ihn. Ja. Oh, mein Nackele, mich. Was ist die, Alter? Die hört mich. Ich dachte, ich hatte Voice over IP ausgeschaltet. Sie hört mich halt für die ganze Zeit wie so. Wie auch im Sommer. Ich lasse sie auch aus, damit es nicht stört. Dann meint ihr das Mikkel von dem ich richtig im Arsch. Dann wirst du nur so rauschen. Unten, 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 unten. Schön. Nicht so schön. Egal. Oh, schau mal, schau mal, schau mal. Pass hin. Ich wurde zu spät. Er hat nicht gemacht. Oh. 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 Ha, ha, ha. Ha, ha. Geil. Einfach, egal. Oh, scheiße. Oh, shit. Das war ja nicht. Wunderschön. Wunderschön. Das ist toll. Das war jetzt das schönste. Absolut verdient, auch in der Höhe. Komm, jetzt will ich mehr. So einen Tag erlebe ich nie wieder. Kann ich 180 mehr haben? Nein! Weg, 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 genau. Benzema, ich muss jetzt alleine laufen. Lauf, lauf, komm. Ich seh dich da oben. Komm, machen. Ja, 5-0. Wie geil. Das ist doch geil. Scheiße. Pass auf, ich pass auf. Okay, danke. Okay, gewonnen. Gefürstet, einfach gefürstet. Sehr nice, das war ein gutes Spiel. Was? Das war ein sehr gutes Spiel. Ja. Ja.